Musik Herzlich willkommen zum Tag der offenen Tür im Tierheim Troßdorf. Hier ist schon jede Menge los und ich bin riesig gespannt, was mich heute erwartet. Zum Glück haben wir das Wetter ein bisschen schön und wird verklappen bis am Abend. Auge in Auge mit dem Bussard. Na, wie geht's dir? Musik Es sind meine Enkelkinder. Ich finde es traumhaft. Was Schöneres gibt es nicht. Ich bin jetzt das erste Mal hier, deshalb war ich ein bisschen aufgeregt. Ist das nicht auch schwer, so die Mädchen hochzuheben oder wiegen die gar nicht so viel? Jetzt sagt nichts Falsches. Kommt auf die Größe an. Musik Es ist mir eine Ehre, hier die Tiere vorstellen zu dürfen. Wenn auch Sie eine Waffel probieren müssen, müssen Sie spätestens im nächsten Jahr hier dabei sein. Ich genieße die jetzt noch. Ja, und sag, auf Wiedersehen. Musik 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 Musik